Da bin ich! Naja, wirklich schwer zu übersehen bin ich in meinem gelben Anorak ja dann doch nicht und das vor allem vor dieser herrlichen Winterlandschaft heute am Kallenberg. Den ersten Schnee, den habe ich voll ausgekostet, aber das auch nur, weil ich auf Skifahren noch etwas verzichten werde müssen und ich kann nur sagen, es gibt viele andere tolle Dinge, die man trotzdem machen kann. Ich habe versucht einen Schneemann zu bauen. Natürlich durfte auch der Schneeengel nicht fehlen, aber was man auch nicht vergessen darf, ich habe auf jeden Fall die allermeisten Schneeballschlachten gewonnen.